Haben wir irgendwas, womit wir Verzauberung auflösen können? So haben wir hier gelebt. Negative Statuseffekte. Nein, nicht bei mir. Hä? Das ist... Na, das werde ich beim nächsten Mal ja nochmal besser gucken müssen. Äh, ja. Genau das wird es sein. So, was machen wir mit dir? Du kommst mal hier hin. Ach, da hinten ist ja noch eine. Näää. Äh, ja, dann bist du weg. Das ist super. Glückwunsch, Superfreunde. Da, hier wird keine zwei Meinungen. Das ist sehr gut. Oh, du könntest mal ein bisschen Heilung gebrauchen, ne? Und eigentlich kannst du auch gerade gar nicht viel machen. Achso, hier. Das kannst du machen. Das ist gut. Mein Saugrösel steht offen vor, Staunen. Alter, du warst halt brutal. Ganz recht, ich bin eine Bitch. Ach was. Hey Schnuckis, habt ihr schon Spaß? So. Ähm, was mach ich mit dir? Du kannst mal hier hin. Ich hoffe, du stehst dann gleich nicht im Weg. Doch, du stehst dann gleich im Weg. Ach nee, so stehst du nicht im Weg. Wenn wir das machen, dann ist alles gut. Oh nein. Deine Schläge Sorge für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Superbreak. Perfekt zum Trinken. Echtig, Mann. Oh nein. Oh, er hat aber sehr ausladend seine Attacke. Das machen wir mal. Dann sind... Oh. Äh, Kumpel auch. Nicht gut, aber dafür sind zwei von den anderen weg. Da hinten kann ich jetzt gerade nichts sehen. Die werden anscheinend überleben, also machen wir das jetzt einfach mal. Wenn ich hier noch weiter rübergehe, gehe ich zumindest auf Nummer sicher. Plus angewidert. Das ist natürlich sehr gut. Tut mir leid, Kollege. Aber... Dafür haben wir es jetzt geschafft. Ich wollte eine Limo, aber jetzt ist es wohl zu spät. Hm, ein bisschen. Mensch, das sieht plötzlich so gut aus. Los, das ist unsere Chance! Diese Mädchen sind mein Kryptonit und du hast mich gerade noch gerettet. Ich stehe tief in deiner Schuld, Arsch-Held. Was ist dein Kryptonit? Dann sei doch mal netter zu mir und nenn mich nicht Arsch-Held. Alter, jeder Superheld braucht etwas, wogegen er machtlos ist. Irgendwelche Phobien? Emotionale Traumata? Komm, das muss doch mal gehen. Darüber rede ich nicht gern. Ist schon okay. Ich bin in deinem Team, Arsch-Kind. Mir könntest du's sagen. Zeig mir mal dein Charakter-Profil. Ich bin in deinem Team, Arsch-Kind, 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 Arsch-Kind. Ich glaube, ich nehme jetzt die alten Leute. Es tut mir leid, ich nehme jetzt die alten Leute. Ja, alte Leute sind voll eklig mit ihren Falten und ihrer Weisheit. Ja, komm, das mache ich jetzt. Es tut mir leid, aber... Das ist einfach so gut. Super, erledigt! Dein Kryptonit ist offiziell notiert. Moskino macht eine Fliege. Ruf mich, wenn du mich brauchst. Cool, Freund. Diese Tomaten-Ketchup-Tüten bei ihm am Kostüm ist auch sehr geil. Unsere Verbündeten wachsen. Du kannst in der Verbündeten-App dein Team bearbeiten. Das möchte ich tun. So, Verbündeten. Okay. Er ist ja eigentlich schon ganz geil und ich glaube, der könnte uns auch echt irgendwann mal den Arsch retten. Mit seinem Heilen und Platz tauschen. Aber ich möchte eigentlich doch ganz gerne... Ich denke, das ist okay. Wirklich? Dein Ernst? Ähm, da. Takulan. Ich habe gerade schon gesehen. Okay. Gut, machen wir das. Ich frage mich nur gerade. Ich gehe nur einmal ganz kurz nochmal längs. Kommt her, Mezis. Hier, Mez, Mez. Ich gehe dann mal wieder. Ich frage mich nur gerade, wie wir die Lava überall wegbekommen. Da habe ich echt noch keinen blassen Schimmer. Sie sind ein Minderjähriger und mehr mit einem rauschmittelhaltigen Spät. Hm. Da oben ist schon wieder so eine Mühle und ich habe hier noch was entdeckt. Okay. Hätte ja sein können, dass was passiert. Okay. Da, 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 da. Ich will da irgendwie hinter. Achso. Hm. Könnte man natürlich einfach mal hier versuchen. Die Katzen hauen alle vor uns ab. Dabei sind wir doch so lieb zu Katzen. Mietzi. Mietzemao. Mietzeli Schmietz. Okay, ich höre auf. Das ist ja furchtbar. So, was haben wir hier? Wieso gehe ich hier rein? Ich habe gerade gesagt, dass alte Leute mein Kryptonit sind. Wie süß. Zeigst deinen Lieben, dass die Außenwelt sich an sie... Nein. Oh. Erinnerst du Detektiv Rockford? Oh, ich erinnere. Erinnerst du Petula Clark? Oh, ja. Ich erinnere. Downtown lieb ich. Die sind total geil. Achso, wir brauchen noch Bilder. Wir müssen ja auch noch die ganzen Häuser durchsuchen, weil wir auch noch die Bilder brauchen. Gesperrt. Das heißt... Wir sollten doch jetzt mal... Achso, hier kommen wir ja nicht durch. Was ist, wenn wir... Okay. Einfach nur so. Bitch slap. Okay, ich gehe hier dann jetzt doch mal rein. Wenn wir hier schon nochmal vorbeikommen, dann gehen wir jetzt nicht einfach stupide wieder die Straße zurück. Vielleicht finden wir hier ja auch noch Kunstwerke. Das ist schon ein bisschen traurig. Moment. Dafür brauche ich das richtige Bild. Äh, den richtigen Gesichtsausdruck. So. Das war jetzt gemein, aber... Danke, Kittchen. Und das finde ich dann in diesem Internet? Ja, genau da. Im Internet. Okay, hier kann ich nichts machen. Warum kann ich denn hier hoch? Da. Das ist doch bestimmt... Ja, die Jugend von heute. Wir konnten kein Bild machen. Doch, wir können auch ein Bild machen. Ich habe 10 Minuten bis zur nächsten Pille. Ein Foto? So. Was machen wir denn hier? So. Juhu! Sehr gut. Haha. Gut. Die Schwester hilft mir dann, dich auf CompuSafe zu finden. Hallo? Sag's mir einfach nicht, wenn du rammelnde Rentner erwischst. Spart mir den Papierkrieg. Ähm. Ich muss gehen. Ich muss einfach gehen. Miau. Haben wir vielleicht irgendwo eine Schnellreise übersehen? Ich finde den Weg gerade so lang. Können wir hier eigentlich... Wie konnte ich denn das bisher übersehen? Oh, es ist auch schon wieder so hart. So. Ach Gott. Das hier geht ja alles noch. Aber... Die sind mit beiden Seiten was Verschiedenes. Ich hoffe, ihr hört immer nicht so doll, dass das, äh, geklackert und gerödel hier. Das ist auch Manno. Das ist echt nicht meins. Wenn ich zwei verschiedene Sachen machen muss, das ist, äh... Ja. So das hier so entgegendrehen und so. Das ist ja alles okay. Aber... Alles andere, das ist echt... Nichts. Oh. Da ist kein Haken hinter. Weil wir nicht geschafft haben, oder? So, halt. Ja. Ich bin ja schon weg. Ich glaube, jetzt sind wir wieder zu weit gegangen, ne? Da sind wir zu weit gegangen. So, noch einmal die Karte gucken. Genau, da kommen wir nicht durch. Achso, ja genau, hier die Seitenstraße. Oh, es tut mir leid. Es tut mir so leid. Sie machen sich hart. Was? Sag nein zu oben. Du bist tot. Was ist das denn jetzt bitte? Hier hinten haben wir aber noch alles erledigt, oder? Ja, okay. Und wir haben jetzt die Taco-Aufgabe. Okay. Ey, was für ein Scheiß. Die ganze Zeit hatten wir immer Zeit, um noch wegzugehen. Und jetzt... Ja. Oder war es jetzt eben, weil ich zu nah an der Tür stand? Kann das sein? Möglicherweise? So, hier waren wir noch nicht drin. Hier will ich jetzt reingucken. Meistere alle Raisinsripper-Titel. Moment. Achso. Achso. Ach ja, das Auto haben wir ja auch noch. So, jetzt machen wir erstmal den Burrito. Also, also gleich, wenn wir hier wieder raus sind. Ich liebe es, Leuten zwei Jahresverträge ohne SMS und Gesprächslimit zu verkaufen. Ja. Oh, liebend gerne, sobald du dich für einen Tarif entschieden hast. Ich will aber keinen Tarif. Achso. Möchtest du einen neuen Vertrag mit bis zu 5 GB Datenvolumen pro Monat? Nein. Okay, hier können wir gerade gar nichts machen. Das war ja ein Reinfall. Oh, Entschuldigung. Gleich steht uns nochmal ein Kampf bevor. Achso, hier sind wir schon drin gewesen. Ja, das ist das Problem, wenn man das immer so... Ja, haben wir. So, was sei, muss muss sein. Ähm, jetzt kriege ich hier gerade wieder... Doch, passt. Ja. Äh, was machen wir mit dir? Äh, das ist schon mal gar nicht verkehrt. Wir können sogar ziemlich weit gehen. Das heißt, wir bekommen... Alle. Weck mich dann mal auf, wenn ich dran bin. Das ist gut. Äh, hab ich Kotze im Haar? Ja. Nein, sieht super aus. Puh. Äh, das geht nicht. Oha, der nimmt aber schon. So, was machen wir mit dir? Könnte es eigentlich gerade mal heilen. Ähm, ja, das kannst du mal machen. Sehr süß. Du bist der Wind unter meinen Moskito-Flügeln. Ne, oh Gott, wie süß. Nein, nicht verzaubern. Shit, und ich hab auch noch... Macht euch bereit. Äh, ich will hier einmal nach hinten gucken. Ich kann gerade nicht weiter nach hinten gucken. Gut, das machen wir jetzt. Könnte mir nicht egaler sein. Deine Schläge sorge für kleine Blutlachen unter ihrer Haut, Super Craig. Perfekt zum Trinken. Richtig, Mann. Ja, ein bisschen. Nein. Ich sag mal, auch für dich, Alter. Alles in Ordnung, super. Du hast dich selber angekotzt. Wollt ihr nach der Tracht Prügel Raisins Kalender kaufen? Äh, nein. 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 Ähm. Achso. Ey, nee. Das ist gerade nicht so gut. Dann bleibt uns aber nur noch der hier. Friss nun weg. Vorsicht, Kumpel. Die Seuchenschutzbehörde brauchen wir nicht auch noch am Arsch. Der Kalt bringt das Leid. So. Ich guck jetzt mal. Ich probier's jetzt einfach... Nein, ich zuck bei... Hey, Schnuckis, habt ihr schon Spaß? Enden. Ich glaube, ich werde gerade unkonzentriert. Man könnte es glatt meinen. So, was machst du hier jetzt? Am besten was Schlaues. Ja gut, dann ist sie weg. Das kann also nicht verkehrt sein. Aufschlag! Scheiße für dich! Wen infiziere ich jetzt? Ähm, ich würde sagen... Sie. Was ist bloß? Das habe ich kaum gesehen. Naja, ist ja auch das Ergebnis, das wir gerne wollten. Ihr wollt was auf den Arsch? Die Bestellung ziehe ich gerne vor. Ach, echt uncool. Ach was, wir haben's doch gleich. Nicht ganz unsere Runde gewesen. Bisschen doof, aber... Trotzdem noch alles gut. Ich liebe sie so versenkt. Schließ die Säfte ein. So, Ultimativkraft bereit. Jetzt bin ich gespannt. Oh, wie süß! Bravo, gute Arbeit! Et cetera, et cetera. Voll niedlich! So, ey, wir müssen weiter in diese Richtung. Ach ja, es war ja hier. Ich will immer Y drücken. Ähm, ja, wir sind hier richtig. Kantappa, 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 kantappa. Hier waren wir noch nicht drin, das weiß ich. Hat dir deine Mama das angezogen? Jemand sollte mal ein ernstes Wort mit dir reden. Was? Mein Outfit ist cool. Noch ein Bild. Unser letztes Bild. Unser letztes Bild. Und jetzt kommen wir da nicht hin. Lass mich zu unserem letzten Bild. Eins von fünf? Aber das war doch Nummer fünf. Okay. Also jetzt nochmal fünf, oder? Hm. Hm. Hm.